Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 491. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Dennis. Ja, Servus, hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Marvin. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen heute mal wieder ein bisschen reden über Fußball und UEFA und Strafen und Mitgliederversammlungen und alle möglichen Dinge, bevor wir dazu kommen. Aber natürlich ganz klassisch ein bisschen Housekeeping am Anfang. Und zwar wollen wir auch an dieser Stelle wieder Danke sagen für die Menschen da draußen, die uns hier so regelmäßig unterstützen. Und da suchen wir uns ja immer den einen oder anderen Unterstützer oder die ein oder andere Unterstützerin raus. Und diese Woche haben wir hier in der Liste stehen den Martin und den Christian. Die kriegen Dank stellvertretend für alle anderen da draußen, die dazu beitragen, dass es hier diese Sendung Woche für Woche gibt. So, mehr oder weniger Woche für Woche, weil letzte Woche haben wir ausgesetzt. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen mögt und dazu auch mit beitragen wollt, dann schaut ihr mal auf unserer Webseite eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und dort findet ihr alle notwendigen Informationen. Und dann können wir zum Beispiel über so wunderbare Dinge reden, wie über die Mitgliederversammlung, die gestern in Frankfurt stattgefunden hat. Hat am Ende, glaube ich, bis irgendwie kurz vor zwölf fast gedauert. War jemand von euch direkt vor Ort eigentlich? Nein. Also ich weiß, dass Basti vor Ort war und andere Kollegen auch, aber ich war jetzt nicht vor Ort, ich war einen anderen Termin, wie man ja auch in der Story gesehen hat. Also Chef unterwegs und so. Aber nee, genau, aber normalerweise wäre ich sonst nicht gerne hingegangen. Ich war ja 2018 auch schon da. Das war ja die letzte, die, glaube ich, in Präsenz großartig stattgefunden hat. Ja, 2019 hat, glaube ich, auch noch in Präsenz. Ja, 2019 auch. Ich gehe eigentlich immer vor der Corona-Pandemie, genau, aber nee, diesmal nicht. Aber war ja durchaus interessant. Genau, gibt es auch ein paar durchaus interessante Punkte und ist ja auch ein durchaus wichtiges Organ in einem ordentlich vereinsgeführten oder in einem ordentlichen Verein mit ordentlichen Mechanismen und für die Vereinsführung oder für die Vereinsstrukturierung. Und da die e.V. ja immer noch auch Mehrheitsanteileigner an der AG ist, ist das natürlich auch immer durchaus interessant. Und es wurden so ein paar Sachen entschieden oder es zeigten sich so ein paar Sachen, die wir hier mal vielleicht kurz durchgehen können. Ich glaube, von der Reihenfolge her kam, der Antrag für die Ausgliederung des NLZ kam ziemlich früh von der Rangordnung her oder von der Agenda her kam auf jeden Fall, wenn ich es richtig gesehen habe, vor den Wahlen. Aber ich mache nochmal die aktuelle Tagesordnung auf, ja, kam vor den Wahlen. Also, es gab einen Antrag im Rahmen der Mitgliederversammlung, dass das Nachwuchsleistungszentrum an die Eintracht Frankfurt Fußball AG ausgegliedert werden soll. Und dem haben dann auch über 70% der Mitglieder zugestimmt, dass das so ist. Das heißt, ab der Spielzeit 2023, 2024, dann greift das tatsächlich erst, gehört quasi das komplette Nachwuchsleistungszentrum, beginnend mit der U9, glaube ich, bis zur U21, wenn ich das im Kopf habe, U8, U9. Gehört dann nicht mehr zum Verein, sondern ist dann Bestandteil der Eintracht Frankfurt Fußball AG und lässt natürlich dann auch hoffen, dass dieses ganze Thema Nachwuchsförderung dann da noch viel näher an diese Profimannschaft dran rückt, oder? Wie seht ihr das? Das ist zumindest das Ziel. Es ist ja auch genau damit auch propagiert worden. Kröscher hat ja auch genau damit geworben, dass das Ziel ist, durch die Verprofessionalisierung, NLZ jetzt auch Richtung Profis, dass das dazu führen soll, dass wir mittelfristig, natürlich nicht kurzfristig, aber mittelfristig mehr Menschen der eigenen Jugend dann auch wirklich in dem Profikader sehen werden. Das ist natürlich ein herres Ziel. Darüber reden wir ja auch gefühlt seit Jahren, dass das mal in anderer Art und Weise oder in größerer Art und Weise passiert. Das ist natürlich jetzt der nächste Schritt. Kann ich nachvollziehen. Hat mich sowieso fast gewundert, dass es noch ein bisschen länger gedauert hat. Aber sie wollen den nächsten Schritt da gehen. Dementsprechend also für eine Fußball AG, wie es die Eintracht ist, durchaus ein nachvollziehbarer nächster Move. Ja, sehe ich genauso. Marvin hat es ja schon gesagt. Eigentlich ein Schritt, der fast ein bisschen nachhängt, in Anführungszeichen, den Ansprüchen, die man hat. Sicherlich auch verbunden mit, muss man sagen, finanzielle Aufpäppelung noch in dem Bereich. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Im Endeffekt sieht man ja, es ist ja ständig irgendwie im Umbruch. Man hat ja teilweise jedes Jahr gedacht, Mensch, jetzt wird wieder was versucht. Das hat wieder nicht so ganz funktioniert. Ich hoffe, ich hoffe, dass auf jeden Fall wir hier ein paar Früchte draus ziehen. Und wir wissen ja alle und wünschen uns das alle, dass der eigene Nachwuchs und die eigenen Potenziale, die in der Region da sind, auch entsprechend dann irgendwann Bundesliga spielen. Und idealerweise natürlich bei der Eintracht. Ja, auf jeden Fall ein wichtiger oder ein guter Schritt, sagen wir es mal so, wenn es denn dann jetzt konkreterweise oder korrekterweise umgesetzt wird. Aber zumindestens haben 73 Prozent der anwesenden Mitglieder dem zugestimmt. Also von daher durchaus eine gewisse Zustimmung im Verein diesen Schritt dann auch. Wisst ihr, was prinzipiell dagegen, was haben denn die, ich sag jetzt mal Kontrahenten, die Leute, die wirklich dagegen waren, als Hauptargumente genannt? Ob die dann, die die fehlenden 27 Prozent wirklich dagegen waren, dann kannst du natürlich auch Enthaltungen haben. Enthaltungen. Es gab jetzt keine konkrete oder ich habe sie zumindest nicht gefunden, keine konkrete Auflistung der Wahlergebnisse. Ich habe auch den Twitter-Account, der Eintracht e.V. Twitter-Account hat ja relativ viel live getickert. Übrigens sehr geil gemacht, muss ich mal sagen, wie schön das ist für all die Leute, die nicht vor Ort waren, dass ich das genau verfolgen konnte. Das hat mir echt gut gefallen, geiler Service. Ja, wollte ich auch noch mal ganz kurz einwerfen, weil ich meine, nicht jeder kann immer vor Ort sein, auch wenn es eine große Halle ist, man hat irgendwie Termine und dafür war das echt cool. Das fand ich auch gut. Ich habe es tatsächlich darüber verfolgt, eigentlich so den ganzen Abend hin und wieder immer mal durchgescrollt, was gab es jetzt Neues, was wurde jetzt beschlossen, was nicht. Das war echt praktisch. Ja, das fand ich auch, war ein guter Service und sie waren auch sehr zeitnah, fand ich. Der ein oder andere Twitter-Kommentierer fand das nicht und hat sich da lautstark beschwert, aber mein Gott, über sowas muss man dann glaube ich auch hinwegsehen. Ja, aber von daher kann ich ja nicht genau sagen, was die anderen Argumente waren. Ich glaube auch gar nicht oder ich habe zumindest nicht gesehen, dass es dazu irgendwelche dokumentierten Wortmeldungen dafür, dagegen gab, sondern ich vermute einfach, dass in dem Fall durchaus auch eine ganze Reihe sich dann enthalten haben. Pro Argument hier kann natürlich sein, dass es natürlich auch ein bisschen um die Talente geht, die vielleicht nicht die Verwurzelung der Eintracht ganz genau sehen. Also wenn du aus der Region kommst, dann weißt du eigentlich, okay, die Eintracht, E.V. beziehungsweise, ja genau, der Verein, wenn ich da anfange, dann rücke ich, wenn alles gut geht, dann wirklich auch zur AG, wenn ich zu den Profis komme. Aber vielleicht ist dieser Schritt, dass man das jetzt komplett zur AG zieht, gleich eine weitergehende Professionalisierung, die auch eine Strahlwirkung hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es geht natürlich immer um die Positionierung. Es geht um die Positionierung, wie kriege ich das noch professioneller, wie schnell kann ich beispielsweise das NLZ dann auch wieder modernisieren, wenn neue Schritte anstehen. Und ich glaube, da ist mehr Dynamik in der AG auch, weil natürlich die finanziellen Spielräume eher dort auch liegen. Insofern, ich glaube, es macht aus sportlicher Hinsicht wirklich Sinn. Und ich denke, das ist der richtige Schritt. Mein dafür. Aber wenn ihr eine andere Sicht habt, dann schreibt uns das gerne. Würde mich echt mal interessieren. Weil wie du, René, habe ich ja auch keine Gegenstimmen, die einen pointierten Vorschlag beinhaltet haben, dazu gesehen. Also insofern wäre es durchaus interessant, das mal zu wissen. Ja, das definitiv. Also von daher, wenn ihr da andere Meinungen habt oder vielleicht auch ganz konkrete Punkte, dann lasst sie uns gerne wissen. Dann greifen wir das in einer der nächsten Sendungen dann nochmal auf. Ja, und was auch so ein bisschen, ich glaube, kurz davor eingereicht wurde, war dann ein Dringlichkeitsantrag. Der wurde dann aber auch erst ein bisschen später behandelt, weil das dann auch erst noch irgendwie vorgelegt werden musste. Und der hing maßgeblich mit einem Thema zusammen, was, glaube ich, im Rahmen der ganzen Vorstandsberichte stattgefunden hat. Nämlich als unser Finanzvorstand Oliver Frankenbach erklärt hat, dass das Thema Eigenkapital im Zuge der ganzen Corona-Thematiken und dass man da ja durchaus Verluste gemacht hat, dieses Anteil, dieses Eigenkapital dann doch auch auf ein erhebliches Maß geschrumpft ist und dass man demnach dann jetzt, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, auch angesichts gerade der ganzen Aufmerksamkeit, die man durch den Europacup-Sieg gewonnen hat und jetzt durch das Champions League spielen, was man ja auch bei den Mitgliederzahlen, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen können, auch gesehen hat, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, Kapitalmaßnahmen jetzt wieder durchzuführen, bedeutet, man möchte weiterhin Anteile an der Fußball-AG, an externe Geldgeber veräußern, was ja dann später zu diesem Dringlichkeitsantrag geführt hat. Genauer gesagt halt eben Anteile des e.V. an der Fußball-AG weiterhin veräußern, sodass dann dort darüber quasi wieder Fremdkapital zugeführt werden kann. Und das war so der Plan, den man dort geäußert hat und dann wurde eben dieser Dringlichkeitsantrag von Sebastian gestellt, den wir ja hier auch kennen, der ja auch diese ganzen Eintracht gegen Rassismus-Aufkleber, ihr erinnert euch, vielleicht auch gemacht hat, supersepp auf Twitter. Ich lese diesen Dringlichkeitsantrag einfach nochmal im Wortlaut vor, weil ich nicht weiß, wer ihn mitbekommen hat, weil den fand ich nämlich prinzipiell ganz spannend. Der lautet nämlich wie folgt, die Mitgliedsversammlung von Eintracht Frankfurt e.V. steht hinter der 50 plus 1 Regel und den damit verbundenen Werten für vereinsgeführten Profifußball. Sie erwartet, dass die 50 plus 1 Regel nicht nur gerade so in Zahlen erfüllt, sondern mit Überzeugung gelebt wird. Die Mitglieder der Versammlung sieht kritisch und bringt die Sorge zum Ausdruck, dass durch die Reduzierung der Anteile des Vereins die Machtverhältnisse verändert und die faktischen Gestaltungsmöglichkeiten des Vereins als Hauptaktionär eingeschränkt werden könnten. Die Mitglieder der Versammlung fordert somit das Präsidium und den Verwaltungsrat auf, eine Kapitalmaßnahme mit kleinstmöglichem Umfang zuzustimmen und nur sofern es keine andere Möglichkeiten schwerwiegende Nachteile für die AG abzuwenden. In keinem Fall darf der Anteil des E.V. unter 60 Prozent fallen. Keine Minderheitsaktionäre und keine wirtschaftlichen Berechtigten eines Minderheitsaktionärs sollen eine Beteiligung von über 24,9 Prozent eingeräumt werden, um eine Sperrminorität eines einzelnen Gesellschafts zu vermeiden. Und es ist unbedingt Sorge zu tragen, dass sich die Mehrheit des E.V. auch im Aufsichtsrat und dessen Organen abbildet. Und dieser Dringlichkeitsantrag wurde ja dann auch zur Abstimmung auf der Mitgliederversammlung gestellt und es haben sich insgesamt knapp 74 Prozent für diesen Antrag ausgesprochen. Also es ist quasi ein Antrag, der dann nochmal Regeln an die Vereinsführung gibt, wie quasi eine solche Veräußerung oder in welchen Rahmenbedingungen eine solche Veräußerung von Anteilen für diese Kapitalerhöhung dann ja ablaufen soll. Fand ich nochmal ganz spannend, dass man da eben auch drauf reagiert hat und passt ja auch zu dem, was wir immer wieder auch hier ja besprechen, dass es einfach auch wichtig ist, diese 50 plus 1 Regel. Ja, nicht nur, wie es ja in dem Antrag ja heißt, quasi von den Zahlen her und auf dem Papier irgendwie zu leben, sondern dass da ja auch, ja, wenn man sagt, man möchte einen lebendigen Verein und man möchte einen vereinsgeführten Fußball, Profifußball, dann gehört das natürlich auch irgendwo dazu. Fand ich einen spannenden Punkt dazu. Wie seht ihr denn generell dieses Thema Kapitalerhöhung, Veräußerung von weiteren Anteilen der e.V., um da Geld in die Kassen zu bringen? Marvin? Tatsächlich habe ich keine qualifizierte Meinung dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine, also Wirtschaft, wer in mein Sparkonto geguckt hat, weiß, dass ich da keinerlei wirkliche Ahnung habe. Ja, ich bin froh, bei mir ist Plus auf dem Konto. Es ist wirklich, ich habe da, also ich halte es für sinnvoll im Zuge von 50 plus 1, sofern ich das irgendwie beurteilen kann, die Anteile und so weiter und so fort beim Verein zu haben. Das weiß, also das ist klar, aber wenn es darum geht, Kapitalerhöhung oder so, da bin ich, das ist wirklich nicht qualifiziert zu antworten und dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Dennis, bist du qualifizierter? Ja, es kommt ja immer darauf an. Ich denke, das ist hier sehr viel, also wirtschaftlich könnte ich dir sicherlich was erzählen, aber dann schalten jetzt alle Hörer ab, weil sie sagen, langweilig, 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 bitte nerv uns nicht. Es geht ja im Endeffekt darum, wenn du so die Punkte durchgehst, sind das sicherlich sinnvolle Sachen, die hier eingebunden wurden. Wenn die Zahlen noch stimmen, hat die Eintracht e.V. ja noch so um die 68 Prozent der Anteile, hält noch sowas, wenn dann gesagt wird, maximal auf 60 runter, heißt du hättest 8 Prozent zur Verfügung, kann auf jeden Fall natürlich Kapital reinbringen. Auch mit der Sperrminiorität ist ja immer so ein Ding, dass eben jemand, der in einer Gesellschaft dann über 25 Prozent hält, hat ein Vetorecht, kann Sachen ablehnen, das soll verhindert werden. Ist auch sicherlich, wenn ich zu bestimmen hätte, was auf jeden Fall beibehalten werden sollte, wenn es finanziell möglich ist. Man muss hier ja auch immer unterscheiden, du hattest vorhin diese schöne, die Eintracht versucht, Fremdkapital reinzubringen, ist natürlich dann genau nicht der Fall, sondern du willst dir Anteile verkaufen, um damit Eigenkapital zu erhöhen. Fremdkapital wäre dann klassisch, du nimmst ein Darlehen auf oder sonstiges. Ja, hast du natürlich recht. Also so sind die Dinge, wo man einfach hier sagen muss, man muss es unterscheiden, man muss es sich angucken und es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, auch hier finanzielle Engpässe oder Probleme zu deckeln. Du hast aber natürlich einen Wert, der Verein Eintracht Frankfurt und die Fußball AG hat einen Wert und kannst du natürlich über so Anteilsverkäufe auch diesen Wert in Eigenkapital wieder umwandeln. Also dadurch, dass du eben von Fremdgeldgebern dann diese Quote steigerst. Ob das dann einen großen Umfang einnimmt und ob das hier, Anteile kannst du auch nur einmal verkaufen, das soll uns auch natürlich allen klar sein. Du solltest schauen, dass du deine Vermarktungskonzepte ausreizt, die Professionalisierung, die wir ja die letzten Jahre alle gesehen haben, ob du dann selbst dein Stadion hier mit früher Sport5 und was da alles mit drin war und Co., ist alles besser geworden. Du bist ja überall, hast ja die Finger mittlerweile drin und auch mit besseres Sponsoring, bessere Werbung machen und so weiter und so fort ist, glaube ich, ein langfristiger und ein erfolgreicherer Weg. Gerade wenn du sagst, ich will als EV hier noch ordentlich Mitbestimmungsrecht haben und will mir nicht von Dritten diktieren lassen, wie ich den Verein führen soll oder wie gesagt auch mich mit einem Veto-Recht einschränken zu lassen, muss man da höllisch aufpassen, was man macht. Dementsprechend finde ich es gut, dass nochmal darauf hingewiesen wird. Vorsicht, wir sind zwar bereit, einen Teil der Anteile noch abzugeben, aber nicht erstens um jeden Preis und zweitens auch nur bis zu einem gewissen Punkt, um einfach noch frei beweglich zu sein. Ich muss sagen, viel Richtiges dabei, ob man, das sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, wir müssen uns entscheiden, wo soll der Weg der Eintracht hingehen, was wird jetzt dringend benötigt, ist es so, sind wir so weit, dass wir vielleicht eine kurzfristige Finanzierung nur brauchen, weil wir einfach in diesem Corona-Loch noch hängen. Die Entwicklung des Vereins sieht ja sehr gut aus, gerade wenn du dann auch Champions League oder anstrebst, regelmäßig international jetzt weiterhin in der Europa League und so weiter vertreten zu sein, hast du sicherlich auch da Möglichkeiten, Gelder für eine Stabilisierung der Eigenkapitalquote auch zu nutzen. Also wie gesagt, es gibt viele Aspekte hier, viel Richtiges gehört und ich will hier die Leute nicht länger langweilen mit irgendwelchem Wirtschaftsquatsch, dementsprechend. Es ist ja schon ein wichtiges Thema, weil wir uns ja allen bewusst ist oder wie du ja auch gerade gesagt hast, du gibst ja quasi etwas aus dem Verein, einen Bestandteil des Vereins ab, das geht exakt einmal für einen Gegenwert, den du dann in der Kasse hast und kaufst dir halt damit eventuell oder verkaufst damit halt eventuell die Möglichkeit, Dinge aufzuhalten, mitzustimmen etc. Ich glaube sowohl Frankenbach als auch Hellmann haben ja dann auch im Rahmen dessen gesagt, dass man, nee war gar nicht Hellmann, es war Holzer, sorry, haben ja an der Stelle auch gesagt, dass man hier jetzt nicht irgendwie an irgendwen diese Anteile verkaufen würde, sondern so wie ich das verstanden habe, möchte man ja von dem, was war es, Freunde der Adler ist es glaube ich, die ja heute schon einen gewissen Anteil haben, quasi deren Anteile. Erhöhen, also man würde jetzt nicht noch irgendwie eine weitere Person da reinholen oder eine weitere Person oder Gruppe ist es ja in dem Fall, die Anteile veräußern, sondern man würde quasi die Anteile, die heute schon jemand hat, quasi nochmal dem welche zuverkaufen und damit dann Geld reinbringen. Also ich sag mal im Rahmen dessen wirkt es zumindest jetzt erstmal ganz solide, aber wie du schon gesagt hast, da jetzt einfach nochmal so ein paar Grenzen oder Rahmenbedingungen zu setzen, fand ich jetzt einfach auch nochmal einen wichtigen Punkt. Und man muss dazu sagen, dass dieser Dringlichkeitsantrag ja im Rahmen der MV gestern spontan kreiert und dann eingereicht wurde, also zumindest ein Großteil, so wie ich das verstanden habe, ist ja dann ja spontan vor Ort eingereicht worden und nicht im Vorfeld. Also muss man schon sagen, dass da jetzt das ein oder andere Mitglied auch spontan mitgedacht hat und da nochmal einen Antrag zu formulieren. Vielen Dank an Dennis für die ausführliche und für mich selbst und nicht verständliche Erklärung, deswegen habe ich smarte Freunde, also insofern danke dir nochmal. Absolut, ich bin so dankbar, dass wir hier Dennis in der Runde hatten, weil wenn wäre es zu diesem Punkt gekommen, an dem ich gefragt worden wäre, was ich davon denn halte und ob ich denn da irgendwas zur Wirtschaft erklären kann, hätte ich wahrscheinlich gehen müssen oder ich hätte mich komplett blamiert, weil ähnlich wie bei Marvin ist Wirtschaft nicht meine allergrößte Stärke, muss ich sagen. Von daher vielen Dank, das hat glaube ich, ich glaube, ich fand das sehr informativ und es hat auch geholfen in dem Rahmen, den wir hier haben. Natürlich kann man das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, zwei Stunden drüber reden und aufdröseln, aber ich glaube, so wurde das doch ganz gut aufgegriffen alles. Hätte ich noch weiterreden müssen, hätte ich gesagt, hier, hallo, schlechte Verbindung, hallo, da. Ja, mein Laptop fährt gerade in einen Zug, das fährt gerade nicht. In einen Tunnel nicht in einen Zug, was erzähle ich denn eigentlich für eine Scheiße heute schon wieder, meine Güte. Ein wichtiger Punkt war natürlich auch, und das hatten wir ja gerade eben bei dem Thema der Kapitalerhöhung auch nochmal, dass der Verein natürlich auch einen gewissen Wert hat und der Verein hat vor allen Dingen auch einen gewissen Zulauf, weil im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde auch verkündet, dass die Eintracht jetzt mittlerweile über 115.000 Mitglieder hat, was ich schon eine kolossal große Zahl finde und auch zeigt, wie viel Interesse auch an diesem Verein besteht. Okay, das wird sicherlich zum Großteil dann einfach jetzt auch die Folgen des Europa-League-Siegs sein und natürlich auch der von Dennis gerade eben angesprochenen Champions-League-Saison. Also ist eine beeindruckend hohe Zahl, ich weiß jetzt gerade auswendig nicht, wie die Eintracht da jetzt gerade so im Verhältnis der anderen Bundesliga-Vereine steht, was Mitgliederzahlen angeht. Aber ich glaube, wir sind fünftmeisten Mitglieder. Okay. Also Bayern, Schalke, Dortmund und Köln. Ja, und Köln sind noch vor der Eintracht. Ja, und dann kommt auch schon die Eintracht. Ja, ist ja ein, im Ranking der Vereins- oder Mitgliederstärksten Vereine ist doch Platz 5, ist doch okay. Kann man doch ganz gut mitleben, finde ich. Passt auf jeden Fall. Also ist das natürlich schon so ein Punkt, harte Fakten, harte Zahlen, um nochmal zu dem wirtschaftlichen Bereich zu kommen, sind, wenn du 115.000 Mitglieder auf der Liste eben stehen hast, sicherlich für die ein oder andere Verhandlung nicht schädlich. Und ich glaube, wir sollten wirklich diesen Weg unbedingt gehen und nicht hier zu viel unserer schönen Werte sonst vergeben. Das zeigt aber natürlich auch, dass das Interesse an der Eintracht in der letzten Zeit natürlich auch durch Erfolge nochmal krass größer geworden ist. Es ist uns auch klar, dass eine Kartenvergabe, wenn es um Europa Cup oder jetzt auch Champions League Karten geht, natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ob man Mitglied ist oder nicht. Und ich glaube, dass auch da der ein oder andere gesagt hat, na gut, dann werde ich halt Mitglied, dass sich das dann auszahlt für irgendein Spiel, auch wenn du keine Dauerkarte hast, manchmal das Glück dann zu haben. Also das ist schon spektakulär. Wir sehen, das zieht und Patriz hat es ja vollkommen richtig gesagt, auf Platz 5, Köln soll als nächstes eingeholt werden. Das sind durchaus relevante Ziele und das zeigt natürlich die Strahlkraft der Eintracht. Und wie du gesagt hast, lässt sich natürlich dann dementsprechend auch gut vermarkten. Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein im weiteren Erfolg der Eintracht, da auch von der Mitgliederbasis weiterhin zu wachsen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und diese Mitglieder haben ja dann auch eine durchaus wichtige Aufgabe, die ja dann im Regelfall im Rahmen einer solchen Mitgliederversammlung immer mal wieder stattfindet. Nämlich der Wahl eines Vorstands und in dem Falle ging es ja hier dann auch darum, dass dort wieder ein Präsident, ein Vereinspräsident gewählt werden musste. Und zur Wahl stand erneut Peter Fischer und er wurde dann auch wiedergewählt. Das ist jetzt glaube ich seine achte Amtszeit, in die er jetzt geht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann gab es ja auch noch, also es gab von vornherein oder es gab in dem Wahlergebnis, sagen wir es so rum, in dem Wahlergebnis, was kommuniziert wurde, hat man schon gesehen, dass die Zustimmung von der Fanbasis, die vor Ort war oder von den Mitgliedern, die vor Ort waren, nicht mehr so groß war. Nach offiziellen Zahlen der Eintracht hat er knapp unter 80 Prozent der Ja-Stimmen oder der Zuspruchsstimmen in dem Falle bekommen. Wobei das auch in dem Falle bedeutet, dass quasi in dem Ergebnis die Enthaltungen nicht berücksichtigt werden, weil laut Vereinssatzung hier quasi Enthaltungen von der Gesamtmasse abgezogen werden und damit die Gesamtmasse schrumpft, wenn man sich wirklich nur im Verhältnis anguckt von den Leuten, die vor Ort waren, die dann tatsächlich für Peter Fischer als weitere vier Jahre Eintracht e.V. Präsident gestimmt haben, dann sind es sogar nur 67,2 Prozent. Also deutlich weniger Zustimmung, so wie ich das verstanden und gelesen habe, gab es da ja auch im Vorfeld durchaus auch schon Äußerungen aus der Ultraszene, die gesagt haben, dass man hier mit Enthaltungen oder Gegenstimmen eigentlich rechnen müsste, weil es so die ein oder andere oder der Fanbase der ein oder andere Äußerung von Peter Fischer in der Vergangenheit nicht so richtig gefallen hat. Also er ist wiedergewählt, aber mit deutlich weniger Zuspruch. Marvin, kannst du das nachvollziehen? Naja, ich glaube, das begründet sich in großen Teilen wirklich damit, dass er ja vor in Finnland, in Helsinki, ja nochmal ein klares Statement abgeliefert hat, was durchaus kontrovers aufgenommen wurde in Teilen der Fanszene. Und das hat ihm so ein bisschen den Widerspruch vieler Leute eingebracht und dementsprechend seine Nordkorea-artigen Zusprüche der letzten Jahre so ein wenig erodieren lassen. Trotzdem sind natürlich diese über 70 Prozent, diese knapp 80, also wie gesagt, ich habe es jetzt auch gerade, die andere TV hat es nochmal irgendwie geschrieben, knapp 80 Prozent ist trotzdem immer noch eine gute Zahl, aber es ist gleichzeitig ein Wink nach dem Motto, wir sehen das, wir sehen auch durchaus auch kritikwürdige Sachverhalte und es ist trotzdem immer noch ein gutes Ergebnis. Ich glaube, die Kritik, die da geäußert wurde, in der Hinsicht, dass halt nicht für ihn gestimmt wurde, die wird sich in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch weiter ausdifferenzieren, wo es dann Positionen gibt, was machen wir jetzt nach Marseille, darüber können wir ja auch gleich noch sprechen, wie verfahren wir mit gewissen Auswüchsen, die vielleicht durchaus problematisch sein könnten, wo er sich klar positioniert hat, wo sich auch ein Hellmann später, beziehungsweise vorher, irgendwann halt inzwischen drin, Zeit und Raum verschwimmt hier, geäußert hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Konflikte auch im Friedlichen, in Eintracht, so wird es ja immer so schön gesagt, angeht und dann ist es kein Problem, aber es ist natürlich so, dass er durchaus als Präsident, mal gucken, ob er diese vier Jahre, für die er jetzt gewählt wurde, auch komplett durchmacht, jetzt auch vielleicht noch mal ein bisschen dazu nutzen muss, um die Brücken wieder zu bauen. Das ist aber ganz normal. Ich finde, bei so einer langen Amtszeit ist sowieso überraschend gewesen, wie viele an seiner Seite waren, auch als es zwischenzeitlich mal einen Gegenkandidat gab. Das hat alles nichts gebracht und er ist jetzt wieder gewählt worden, aber er hat Aufgaben und das ist tatsächlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, das ist richtig. Patricia, was denkst du denn dazu? Ja, nichts hinzuzufügen. Ich glaube, Marvin hat es schon ganz gut gesagt. Also es ist immer noch eine große Zustimmung und ich glaube, es ist auch richtig. Also ich finde, Peter Fischer gehört zur Eintracht, aktuell zumindest. Das ist irgendwie fast untrennbar und ich finde auch, es ist ein guter Präsident, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Kritik und die ist auch gerechtfertigt auf der anderen Seite. Und ja, letztendlich schlägt sich das in den Zahlen nieder, aber jetzt auch alles nicht so dramatisch, dass man da jetzt irgendwie, glaube ich, groß Drama schieben müsste oder schauen müsste, oh, okay, was ist da los? Was ist intern los im Verein? Das ist aktuell einfach nicht der Fall. Und ja, wie Marvin schon sagte, man muss jetzt mal schauen, wie sich das alles auch weiterentwickelt, denn es gibt ja genügend Themen, die sich aufdrängen und die auch noch in Angriff genommen werden müssen und geklärt werden müssen. Und ich glaube, dann zeigt sich einfach, was dahinter steckt beziehungsweise wie sich das weiterentwickelt. Aber alles in allem bin ich fein damit, wie es abgelaufen ist und wie es jetzt gerade so ist. Gut, ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte von der Mitgliederversammlung. Es sei denn, wir haben da draußen, oder wir haben was vergessen, dann lasst ihr uns das bitte gerne in den Kommentaren wissen, was auch im Rahmen der Mitgliederversammlung und vor allen Dingen in der Aussprache des Vorstands, des Präsidiums und auch der Verantwortlichen der Fußball AG immer mal wieder herkamen. Und da hatte Marvin das gerade eben schon angedeutet, ist natürlich dieses ganze Thema der Vorkommnisse in Marseille, wo ja dann am vergangenen Freitag die Strafen dann auch von der UEFA-Disziplinarkommission veröffentlicht wurden. Und die gestalten sich für die Eintracht wie folgt. Man hat einmal eine Geldstrafe in Summe von 45.000 Euro, die sich allerdings aus zwei Teilen quasi zusammensetzt. Nämlich einmal irgendwie 30.000 für das Thema Feuerwerk und Büro und so weiter. Und das andere waren 15.000 dann auch nochmal wegen den Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben, also in Summe 45.000 Euro. Und dann gibt es zwei Strafen, die zur Bewährung ausgesetzt worden sind. Nämlich einmal, dass im nächsten Auswärtsspiel in einem UEFA-Wettbewerb es nicht möglich ist, Karten zu verkaufen. Also die Eintracht darf keine Auswärtskarten für das nächste Auswärtsspiel in einem UEFA-Wettbewerb verkaufen. Und das andere ist ein sogenannter Zuschauerteilausschluss. Nämlich bei einem der nächsten oder beim nächsten Heimspiel in ebenfalls einem UEFA-Wettbewerb müssen mindestens 1.000 Plätze quasi ausgeschlossen, also frei bleiben. Diese beiden Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, ich glaube, wieder für die Dauer eines Jahres. Das bedeutet, also wenn jetzt im nächsten Spiel da jetzt irgendwas schief geht, wird wahrscheinlich für den entsprechenden Teil dann die Bewährung gekippt und dann im darauffolgenden Spiel das umgesetzt. Weil ja bislang die UEFA, was so ihre Urteilssprechung angeht, immer quasi Gleiches mit Gleichem bedient, bedeutet, wenn die Vorkommnisse in einem Heimspiel waren, dann wird die Strafe entsprechend auf das nächste Heimspiel ausgelegt und nicht auf ein Auswärtsspiel. Und umgekehrt ist es eben bei einem Auswärtsspiel gewesen, ist das darauffolgende Auswärtsspiel betroffen. Das ist so eine Richtlinie, an der sich die UEFA in ihrer Urteilssprechung bislang immer irgendwie orientiert hat, wobei sie daran nicht gebunden ist. Also wenn die wollen, können die das auch alles wieder kreuz und quer und links und rechts drehen. Was ist denn so euer Take zu den Strafen? Sagt ihr, das ist okay oder ist das zu wenig? Womit hättet ihr denn gerechnet? Fragen wir mal so rum. Dennis, womit hättest du gerechnet? Oh, okay, ich hätte tatsächlich mit direkten Konsequenzen nicht auf Bewährung gerechnet. Ich hatte auch irgendwo gelesen, das habe ich jetzt bei dir gar nicht rausgehört oder vielleicht habe ich es auch, dass teilweise auch das rassistische Verhalten da mit berücksichtigt wurde bei den Strafen. Ja, das war sogar der Hauptgrund. Das war der Hauptgrund. Die Geldstrafe bezieht sich in erster Linie, glaube ich, auf das Thema Feuerwerk und der Rest Also sie beziehen sich in den meisten Fällen darauf, zumindest was das Auswärtsthema angeht, primär auf diese rassistischen Vorkommnisse und weniger auf das Thema der Büro. Ja, also wie gesagt, ich war eher in der Hinsicht dann, dass das generell dann von den Strafen her auf Bewährung ausgesetzt war, in Anführungszeichen positiv überrascht. Man muss sagen, ich hätte wirklich mit noch knallharteren direkten Umsetzungen gerechnet und auch die Formulierung finde ich interessant bei dem Zuschauer-Teilausschluss, dass mindestens 1000 Plätze sozusagen nicht vergeben werden dürfen. Also das ist so eine interessante Formulierung, weil kein Verein wird ja sagen, doch, dann mache ich freiwillig 3000. Das sind, das ist ja dann, das sind einfach 1000 Plätze, die wegbleiben. Oder verstehe ich das falsch? Ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was von der Organisation zu tun, weil du dann halt einfach einen gewissen Teil der Tribüne sperrst oder halt eben einen Heilbereich der Tribüne oder halt was weiß ich, die kompletten Stehplätze oder irgendwas. Ah, okay, ein Block sozusagen. Genau, also du sperrst halt quasi einen Block und es kann halt sein, dass in den Block halt rechnerisch irgendwie 1200 reingehen. So, deswegen ist da halt keine fixe Zahl drin, sondern da wird dann halt quasi dann das da drüber geregelt. Deswegen wird es da halt nicht fest irgendwie fest. Okay, danke René, weil das hat mich wirklich gewundert. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Deshalb vielen Dank für die Aufklärung. Nein, ich bin wirklich dafür, was abgelaufen ist und wie es dann hin und her und ja, gerade wenn du schon ein gebranntes Kind vorher bist, habe ich eher mit mehr gerechnet, aber vielleicht bin ich da auch zu, ja, zu pienzig, zu kleinlich. Wie seht ihr das denn? Wart ihr denn an sich mit der Situation überfordert, als ihr das gelesen habt oder wart ihr negativ positiv davon beeindruckt? Wie sah es bei euch aus? René? Also ich hätte fast damit, er war, gerechnet, dass zumindest im nächsten Auswärtsspiel da irgendwas ist. Ich hatte zumindest die Hoffnung, dass die UEFA in ihrer Linie bleibt und kein Heimspiel da jetzt irgendwie mit reinzieht, aber ich hätte zumindest schon gerechnet, dass es im nächsten Auswärtsspiel eine klare Aussage gibt, dass dort keine Karten verkauft werden können. Am Ende hat in meiner Wahrnehmung die UEFA ein Stück weit halt eben die äußeren Umstände, die ja dort in Marseille waren, mit berücksichtigt bei ihrer Urteilssprechung, was ich prinzipiell erst mal begrüße, dass man da jetzt nicht einfach irgendwie stumpf mit dem Löffel draufgehauen hat, sondern einfach gesagt hat, okay, wir gucken uns auch den Rahmen mal an und berücksichtigen das bei unserer Urteilssprechung. Wir sind halt jetzt einfach schon sehr viel auf Bewährung. Ich glaube, dieses ganze West Ham-Thema mit dem Platzsturm ist ja auch nach wie vor noch, kommt das jetzt eigentlich als Bewährung noch on top oder ist das jetzt damit dann abgegolten? Da war ich mir nämlich absolut unsicher und das konnte ich auch bislang nirgendwo nachlesen. Aber wir sind halt jetzt einfach für ein Jahr wieder in solchen Themen auf Bewährung und das ist halt einfach auch schwierig. Da muss ja jetzt nur irgendwie eine Kleinigkeit sein und dann wird halt die Nummer dann da durchgezogen. Ist halt schon auch wieder irgendwie doof, ne? Klar, aber ich glaube, letztendlich bist du trotzdem gut bedient dann. Also ich sehe das auch wie du, dass da bestimmt auch die Umstände berücksichtigt wurden, was ich auch prinzipiell richtig finde, weil man muss das, glaube ich, trennen. Und ich glaube, das können auch Leute, die vor Ort waren, am besten beurteilen, was war da jetzt wirklich Phase und was nicht. Das ist von außen immer ganz, ganz schwer zu sehen, aber es war natürlich eine Ausnahmesituation. Und ich finde es ganz gut, dass das sicherlich auch mit einbezogen wurde, aber man ist trotzdem, glaube ich, gut damit bedient, wenn da rassistisches Verhalten war, plus egal, wie die Umstände sind, ich weiß nicht, Pyro verlässt die Hand, ist halt so ein Ding, es geht halt nicht. Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, das ist, also ich war erleichtert, als ich gehört habe, erst mal, okay, das ist alles auf Bewährung ausgesetzt, weil Bewährung ist halt letztendlich immer eine Chance. Also ich sehe es, klar, es ist eine Strafe, aber ich sehe es auch als Chance, dass man weiß, okay, gut, es betrifft jetzt erst mal nicht direkt und vor allem nicht direkt alle, weil wir wissen auch alle, Kollektivstrafen ist halt immer so ein Ding, ne? Also ist blöd, irgendwie muss man bestrafen, aber es trifft halt letztendlich aufgrund von, weiß nicht, einem Prozent, die restlichen 99 Prozent auch. Und das ist immer blöd und es fühlt sich immer unfair an. Und von daher ist es, glaube ich, glimpflich auch und zu begrüßen, ja, ich hatte auch ehrlich gesagt mit einem direkten Ausschluss irgendwie gerechnet, eben wegen dieser Bewährung, die du angesprochen hattest. Aber dann hatte ich irgendwas gelesen, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, ich will hier auch keine Fake News verbreiten, aber dass das irgendwie auch anders, ja, anders berechnet wird, weil das erstens war das in einem Heimspiel, das ist nochmal was anderes als bei einem Auswärtsspiel plus. Diese Bewährung ist, glaube ich, wirklich auf diese Platzstürme und sowas, also auf dieses Verhalten bezogen und eben nicht auf, keine Ahnung, Pyro oder andere Vergehen. Und dass das dann irgendwie nicht vermischt wurde, sondern die Bewährung nicht gegriffen hat, weil eben kein Platzsturm war oder kein Eindringen in den Innenraum oder wie die das nennen. Könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich damit zusammenhängt, aber nochmal hier, keine Ahnung, das ist nur, was ich so im Hinterkopf von irgendwas, wo ich es mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das würde zumindest Sinn ergeben in meinem Kopf. Ja gut, diese Thematik, dass jetzt hier keine Auswärtsspiele und Heimspiele irgendwie mit den Strafen vermischt werden, das war das, was ich auch gesagt habe, dass die UEFA das bislang so als Linie, auch wenn sie nirgendwo offiziell aufgeschrieben ist, aber zumindest in ihrer Urteilssprechung so durchgezogen hat und das eigentlich auch bislang in der Vergangenheit nie vermischt hat und bei dem Kurs bleibt sie ja hier an der Stelle auch wieder. Ja, aber ich finde, was auf jeden Fall festzuhalten ist, wir haben schon Glück gehabt, wir haben viel Glück gehabt. Ich bin froh, dass Leute, die unbeteiligt waren an der ganzen Situation, nicht mitbestraft wurden, denn es wären die allermeisten Heimspielfans beim nächsten Spiel gewesen, das ist jetzt nicht passiert. Auch auswärts sind wir wirklich mit einem krass blauen Auge davon gekommen, das heißt, alle Leute, die jetzt schon ihr Ticket haben oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die Ticketsvergabe, das war, glaube ich, noch gar nicht. Nee, die ist jetzt erst. In London nicht, weil es hat mich echt geärgert, so gerne da gewesen, leider muss ich arbeiten, weil dieses Stadion allein, da wäre ich so gerne dabei gewesen. Ja, ich verstehe. All die Leute, die jetzt schon einen Trip geplant haben, die vielleicht ihr Hotel gebucht haben, ihr könnt das weitermachen, das ist eine geile Sache, ich hoffe, dass da jeder auch eine gute Zeit haben wird. Da können wir einfach nur mega froh sein. Ich glaube, dass die Eintracht mit wirklichen Engelszungen gesprochen hat, hier offenbar, zu den UEFA-Offiziellen. Da ist es natürlich auch super, dass wir ein tolles Legal-Team bei der Eintracht haben, die wirklich ihren Job auch verstehen. Ich muss auch sagen, ich kann jeden verstehen, der aus Kölner Sicht das ganze Dokument oder kommentiert und gleichzeitig sagt, na, das ist aber schon ein bisschen strange, weil die haben wesentlich härtere Strafen bekommen. Also das ist schon krass, wir haben echt Glück gehabt. Trotzdem kann daraus nicht erwachsen, ja gut, okay, jetzt geht es weiter, weil daraus, das ist eine Warnung, das ist eine Warnung, daraus muss jetzt gelernt werden, dass Prozesse, wie wir sie vor zwei Wochen ja auch schon mal dokumentiert haben und auch ausführlich über Marseille gesprochen haben, halt so nicht nochmal vorkommen. Und ich glaube, dann ist es gut. Ich glaube, der Weg ist aber weiterhin, und das sage ich ganz klar, der muss zusammenlaufen, der muss in Kommunikation mit allen Fans laufen, denn es bringt auch nichts, sich irgendwie dividieren zu lassen. Es bringt nichts, einen Keil zwischen irgendwelchen Fangruppen zu treiben, das muss in Kommunikation geschehen und das funktioniert ja auch immer wieder. Es gab immer mal wieder Eskalationen und danach ist es wirklich deutlich runtergeguckt. Daran muss man jetzt arbeiten und dann kann das auch wirklich bestehen, dass es wirklich nur eine große Bewährung gibt, aber die Strafe tatsächlich nicht fällig wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass die Eintracht jetzt einfach als Verein und mit ihren Fans gemeinsam überlegen muss, wie man solche Thematiken irgendwie abstellen kann. Wir haben ja hier oft genug auch drüber gesprochen und gesagt, okay, Pyro, wenn es halt irgendwie als Stimmungsmittel im Blog im Rahmen einer Choreo oder so ist, fair enough, aber diese ganze Thematik mit irgendwie verlässt die Hand, wie Patricia schon angesprochen hat, geht nicht und dass die Eintracht sich sehr offensiv gegen rassistisches Gedanken gut stellt, hat sie ja in der Vergangenheit immer wieder bewiesen und ich finde, das tut sie da auch nach wie vor noch und hat sich ja auch an der Stelle eigentlich klar positioniert, aber man muss es dann jetzt halt einfach auch als Verein mit den Fans dann da halt irgendwie lösen. Das ist es, das ist es. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich bleibe dabei, wir haben es ja letztens schon mal illustriert, dass wir den Hitlergrüßen, das weiß aber auch jetzt jeder, ich glaube, das brauchen wir nicht fast nochmal sagen, aber es geht, also die Leute, wenn man dementsprechend mal hat, sehr ausfindig gemacht, das ist ja auch schon klar, das wird mit klaren Sachverhalten bestraft und das ist auch vollkommen gut so und das ist halt bitter, weil ich meine, die Strafe ist zum Glück auf Bewährung ausgesetzt, aber überleg dir mal, das war der Hauptkern, der Hauptkern war völlig nachvollziehbar, dass das der größere Punkt wegen Rassismus, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt wegen Rassismus bestraft wird, ist unfassbar schädlich für das Image dieses Vereins und dann muss man sagen, wie gut es, wie krass es war, dass die Eintracht die Kuh da noch vom Eis bekommen hat, weil sie wahrscheinlich mit aller Glaubwürdigkeit klar gemacht hat, hier, wir stellen uns mit allen möglichen Programmen, übrigens auch die Fanszene, die vieles tut, um Rassismus entgegenzuwirken und das ist genau der Punkt, nur weil es davor glaubwürdige Bemühungen gab, konnte diese Strafe abgemildert werden, davon gehe ich fest aus, aber das heißt, es kann immer wieder passieren, es gibt immer wieder Leute, die, wie es ganz klar ist, in einem Stadion mit über 50.000 eine andere Weltsicht haben, wichtig ist, dass der aktiv da mitgearbeitet wird, um die Leute entweder ins Boot zu holen oder zu sagen, hier, so geht es nicht mehr. Ja, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und ich glaube auch, oder ich bin mir auch ganz sicher, dass die Aktivitäten, die es sowohl von Vereins- als auch von Fanseite gab, durchaus auch geholfen haben, hier diese Strafe am Ende zur Bewährung auszusetzen, weil, wie du schon sagst, man einfach nachweisen konnte, dass man in der Vergangenheit da sehr viel getan hat, dass das ja auch in unseren Werten drinsteht, dass es ja auch im Rahmen von vergangener Mitgliederversammlung immer wieder thematisiert wurde etc. Also von daher, ja, es ist, glaube ich, relativ klar, wie der Verein und die Mehrheit der Fans auch zu diesem Thema da stehen, aber auch, wie du zu Recht sagst, den ein oder anderen Ausreißer wird es halt leider immer geben. Ja, das wird man halt leider nicht komplett irgendwie wegbekommen. Klar, aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man sich da dann gemeinsam dagegen stellt. Also ich glaube, das muss es sein, was auch, ja, das Bild nach außen hin, was wir als Bild abgeben, als Verein, das ist, du kannst das, wie du schon gesagt hast, du wirst es nicht verhindern können, dass einzelne Personen so sind, wie sie sind oder auch sich verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist schade, aber ich glaube nicht, dass man das zu 100 Prozent verhindern kann, nirgends in der Gesellschaft leider. Viel wichtiger ist einfach das Gesamtbild, was du abgibst und was du tust dagegen und wie glaubhaft das auch ist. Also, dass du da nicht nur irgendwie Worte hinschmeißt, sondern auch Taten folgen lässt. Und ich glaube, das ist bei der Eintracht der Fall. Und ich identifiziere mich mit einer Eintracht, wo das ganze Heimstadion geschlossenen Nazis rausruft, nachdem, ihr wisst ja, ich glaube, es war gegen Salzburg damals in der Euroleague. Damit identifiziere ich mich. Ich identifiziere mich nicht mit einzelnen Personen, die irgendwo einen Hitlergruß zeigen, weil, for obvious reasons, geht halt nicht und gehört auch meiner Meinung nach nicht zum Verein und nirgends in die Gesellschaft. Also, von daher glaube ich, ganz wichtig, dass sich der Verein und auch die Fanszene da geschlossen dagegen stellen und zeigen, nee, das ist bei uns eben nicht der Regelfall. Ja. Sehr gut. Nee, super, super nochmal auch gesagt. Patricia, das hast du aber. Du hast einen Schnitt aus der, oder einen Teilbereich aus der Gesellschaft, deckst du eben ab, wenn du so ein Stadion hast. Und da wissen wir alle, dass es in der Gesellschaft generell auch so ein paar Irrlichter gibt. Und das hast du eben dann auch im Stadion. Und wie er richtig sagt, er sagt das genau richtig. Du darfst es aber nicht akzeptieren, du darfst es nicht aufkommen lassen und schon gar nicht fördern, aber das ist klar, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist genau der Punkt, Marvin, du hast auch vorhin so schön gesagt, diese Glaubwürdigkeit, die der Verein ausstrahlt und hier auch nochmal auf Peter Fischer zurückzukommen, der ja auch sich klar immer dagegen positioniert hat, denke ich, ist hier auf jeden Fall hilfreich, um dann entsprechend glaubwürdig auch zu vertreten. Das sind ein paar Irrlichter und das hat nichts mit Eintracht Frankfurt zu tun. Ja, ist korrekt. Jetzt gab es ja noch einen zweiten Verein, der da dabei war und auch Marseille hat Strafen bekommen. Die waren ja auch bereits auf Bewährung und diese Bewährung wird quasi jetzt gezogen. Bedeutet, Marseille muss das nächste Heimspiel in einem UEFA-Wettbewerb als Geisterspiel austragen. Das wäre dann in dem Fall das Spiel gegen Sporting und wenn ich das so richtig verstehe, im darauf folgenden Heimspiel in einem UEFA-Wettbewerb greift dann da auch das Thema des Teilausschlusses. Bedeutet auch hier, dass dann zum Beispiel ein Bereich des Stadions komplett gesperrt bleiben muss primär eben für das Entbrennen, das massive Abbrennen von Pyro. Bedeutet, Marseille hat jetzt in dieser Champions League runde Gruppenphase für das nächste und das übernächste Heimspiel dann entsprechende Strafen. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das Spiel von Marseille in Frankfurt ganz normal und ohne irgendwelche Einschränkungen auch stattfinden wird. Das heißt, Marseille kriegt auch die 5% an Karten zugestanden, kann die verkaufen und die Fans können hier anreisen. Für wie kritisch haltet ihr das? Marvin? Also ich glaube, es sind nicht die gleichen Fans zum allergrößten Teil, die wir in Marseille gesehen haben, die sehr eventfreudig waren, bis gewaltbereit. Gerade bei uns auf der linken Seite, das dürften nicht die gleichen sein, die anreisen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube eher, aber das ist unabhängig davon, also ich glaube, im Stadion bleibt es ruhig. Ich weiß aber nicht, wie es halt vor dem Stadion ist oder einen Tag vorher. Darüber müssen die betreffenden Stellen halt nachdenken und ich hoffe, dass bei uns dann dementsprechend alles ruhig bleibt, aber das kann ich nicht vorhersehen. Das weiß ich nicht und da habe ich so ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich einfach ein bisschen Angst, dass es einen Tag vorher oder in der Nacht noch ordentlich rund gehen kann. Vielleicht mit Leuten, die gar nicht im Stadion sind. Und da muss man auf jeden Fall deutlich aufpassen. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass es ruhig bleibt, natürlich. Habe da natürlich auch meine Bedenken, aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, auch eher außerhalb des Stadions vielleicht und das hättest du wahrscheinlich so oder so nicht verhindern können, auch nicht mit irgendeiner Auswärtssperre, weil die Leute, die anreisen, um da Stress zu machen, die würden wahrscheinlich auch einfach mal so anreisen, weil die sowieso schon alles gebucht haben oder weil die halt wirklich hier sind, um irgendwie, keine Ahnung, ein Exempel zu statuieren oder was weiß ich, was, ich verstehe es halt bis heute auch nicht, was in solchen Köpfen vorgeht, aber, ja, ich glaube, das ist schon vollkommen okay, auch wenn ich nicht, ich bin halt nicht happy darüber, dass man jetzt in so kurzer Zeit nochmal auf diese Fanszene trifft oder treffen könnte, wie Marvin schon gesagt hat, es sind wahrscheinlich auch im großen Kern nicht die gleichen Leute, die auch vor Ort waren in Marseille, aber klar, so ein mulmiges Gefühl bleibt, letztendlich ist es aber, ja, glaube ich auch da so, es hätte vielleicht sogar die Falschen getroffen, es sind ja nicht alle Marseille-Fans jetzt auch so, obwohl das schon wirklich ein, also ich finde das immer noch schockierend, in was für einem Ausmaß das war und wie viele Leute dann letztendlich trotzdem beteiligt waren, weil um so ein Klima zu schaffen, müssen sich ja schon mehr als, keine Ahnung, 20 Leute dran beteiligen, also das ist schon krass, aber dafür gibt es ja zumindest auch die Heimspielsperren und ich finde es auch richtig, ich bin auch froh, dass da durchgegriffen wurde, die Bewährung meinetwegen zieht und ehrlich gesagt auch, dass Marseille eine härtere Strafe bekommt als die Eintracht, weil alles andere hätte ich nicht verstanden, weil also letztendlich war das absolut nicht sicher für die Auswärts-Fans, man hat sich zumindest aus allen Erzählungen, ich war ja nicht da, extrem unwohl vor Ort gefühlt, hatte teilweise Angst um seine Unversehrtheit und das kann halt nicht sein und von daher bin ich wahrscheinlich auch froh drum, für alle denen das erspart bleibt, also ja, deswegen finde ich das richtig, dass da durchgegriffen wurde und ich glaube, keiner spricht dagegen, wenn man sagt, Marseille hat da auch eine saftige Strafe verdient, weil das geht einfach nicht, das war, ja, ich habe keine Worte dafür, wie schlecht organisiert das war, wie unsicher das war und auch, wie das überhaupt sein kann, dass ein Fußballspiel diesen Rahmen hat, in irgendeiner Stadt, egal wo man hingeht, weil das kann halt nicht sein, von daher glaube ich, alles richtig gemacht und mit den Auswärtsfans muss man schauen, wie Marvin sagt, man kann es halt nicht vorhersehen, aber ich hoffe auch da, dass da Vorkehrungen getroffen werden und das alles einigermaßen friedlich und sicher abläuft, weil das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Auf jeden Fall, also du sagst es und ihr habt ja schon angesprochen, ich sehe hier auch Marseille etwas als Verein in der Pflicht zu schauen, die kennen die Fankurven am besten, die wissen, kennen ihre Pappenheimer auch und bei der Vergabe der Tickets wird da vielleicht auch über den Weg, obwohl dann vielleicht intern wieder weitergehen wird, was bei uns, wo wir uns ja eigentlich immer darauf verlassen können, ist, dass, ja, ich sag mal, unsere Karten in unseren Händen bleiben, das heißt, dass Frankfurter, die Frankfurter Fanbereiche auch Frankfurter Fans beinhalten, das heißt, dass es hoffentlich da, deshalb nochmal der eindringliche, ja, nicht bitte, sondern Leute, versucht da nicht irgendwie Geld mit dem Spiel zu machen, um hier irgendwelche Freaks mit dem Stadion zu bringen, ansonsten denke ich, ich glaube Marvin, du hast es schon gesagt, Stadion selbst, sicherlich ein sicherer Bereich, was außen, gerade die Tage vorher, Tage des Spieltages und so weiter angeht, schwierige Geschichte, sicherlich was, was die Behörden im Auge haben und einiges zu tun haben in der Zeit, aber grundsätzlich, es ist und bleibt Fußball, das andere sollte generell so einen geringen Part wie möglich einnehmen, aber trotzdem muss man sagen, auch mal die Marseille Fans, beziehungsweise der Marseille als Verein, muss hier auch, in meiner Meinung nach, etwas, ja, schauen, wem sie da auch die Karten für die Auswärtsfahrten geben, im eigenen Interesse, denn das ist ja nicht nur schädlich, alle, die das gesehen haben, selbst wenn man nicht aus der rosa-roten Frankfurt-Fanbrille schaut, muss man eigentlich sagen, haben alle gesagt, meine Güte, das war ja noch mal extremer, was die Marseille Fans im Vergleich zu dem, was dann von der Frankfurter Seite erwidert wurde, gemacht haben, ist schon krass, ja, dementsprechend, wir sind uns alle einig, wobei da ja auch durchaus Aussagen immer wieder gebracht worden sind, so nach dem Motto, naja, im Vergleich zu manchen Spitzenaufeinandertreffen in der Ligue 1, wo dann hier, was weiß ich, Nizza oder PSG vor Ort sind, war das ja noch irgendwie normales Mittelmaß, so mehr oder weniger, ja, einfach verrückt, verrückt. Also von daher, klar kann ich deinen Wunsch nachvollziehen, dass du sagst, dann von wegen der Verein muss dann da auch gucken, aber ganz ehrlich, wenn das da irgendwie gefühlt jedes zweite Wochenende da so abgeht, dann glaube ich da auch ehrlicherweise nicht mehr dran, dass man da in irgendeiner Art und Weise, dass der Verein da in irgendeiner Art und Weise regulierend eingreift und entscheidet, wer da eine Auswärtskarte oder eine Heimkarte oder was auch immer bekommt. Ich glaube, man hat das Thema jetzt einfach so akzeptiert, wie es da ist, was traurig genug ist. Ja, das wäre bitter, wenn kompletter, aber gut, man steckt nie drin. Also das ist die aktuelle Disziplinarentscheidung der UEFA, bedeutet das kommende UEFA-League-Spiel, was ja schon nächste Woche am Mittwoch dann, nee, am Dienstag, Entschuldigung, ich habe mich vertan wegen dem Feiertag, am Dienstag stattfindet. Heimspiel gegen Tottenham ist ohne jegliche Einschränkung mit erwartet, voller Kapelle. Geht es dann da nach dieser Länderspielpause und nach dem kommenden Bundesliga-Wochenende weiter in den Champions-League-Wochen? Ich bin sehr gespannt, jetzt ja dann direkt hintereinander zwei Spiele gegen Tottenham erst zu Hause, dann auswärts, wie das Thema dann dort weitergehen wird und wie die Eintracht sich dann da durchsetzen wird. Dann lasst uns doch mal auf tatsächlich gespielt den Fußball zurückblicken und mal noch so ein Mini-Resümee zum Thema Stuttgart machen. Das ist ja jetzt dank der Länderspielpause schon wieder zwei Wochen her und wir konnten letzte Woche aus terminlichen Gründen nicht aufnehmen. Von daher vielleicht noch mal ganz kurz, die Eintracht gewinnt gegen Stuttgart, geht mit drei Punkten in die Länderspielpause und nicht nur, dass man drei Tore hat und drei Punkte hat und dreimal getroffen hat, nein, man hat auch noch dreimal durch Standardsituationen getroffen. Wie großartig ist bitte das, Patricia? Kompletter Wahnsinn, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass man in einem Spiel drei Standardtore von der Eintracht sehen wird, weil wir uns ja vor nicht allzu langer Zeit noch darüber echauffiert haben, wie schlecht die Standards eigentlich waren zuletzt und dann entstehen einfach mal so drei Tore nach Standards. Fand ich gut. Auch Kamada hier mal hervorzuheben, der hatte ja einen komplett krassen Tag, also generell ist der in der Form seines Lebens, aber weiß nicht, ein Tor, zwei Vorlagen, an allen Toren beteiligt, Wahnsinn, was der da abgerissen hat und kann ich mich nur vorverneigen, weil das war schon auch echt richtig große Klasse. Alles in allem, ja, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Spiels, muss ich sagen. Ja, es war ja genau zur richtigen Zeit halt auch nochmal ein Ausrufezeichen, wo du vor der Länderspielpause nochmal gezeigt hast, okay, nach schwierigen Wochen, wo ja immer wieder so ein Auf und Ab, wir haben tolle Spiele gesehen, wir haben offensiv starke Spiele gesehen, wie beispielsweise gegen Bremen und dann waren auch immer wieder Downer dabei, jetzt gegen Stuttgart, gegen die wir ja zuletzt öfter mal auch ganz gut ausgesehen haben, hat sich erneut bewiesen. Auch da war man, ich glaube, beim letzten Spiel in Stuttgart waren es auch schon Standards und erneut, Standards können funktionieren. Was wir ansonsten in der Saison halt nicht so häufig machen, das brauchst du halt, du brauchst diese Standardsituation, du musst über Standardsituationen auch manchmal zum Erfolg gelangen, wir haben manchmal 20 Ecken in einem Spiel und nichts entscheidend Gefährliches passiert. Das war jetzt diesmal ein bisschen anders. Das sind in engen Situationen, wo du aus spielerischen Mitteln nicht wirklich herauskommst, wo du nicht wirklich die Lösung findest, wie kann ich zu einem Tor kommen, beispielsweise Wolfsburg, dann ist das ein Mittel, wir haben es hervorragend gelöst, ich will nochmal, Patrizio hat es ja vollkommen richtig gesagt, Kamada herausragend, aber es waren alle in einer sehr interessanten und guten Verfassung und das ist für mich tatsächlich auch so eine Aufstellung, wir reden ja gleich noch darüber, wie ich mir das öfter vorstellen kann, aber man muss auch dazu sagen, eine interessante Stabilitätssituation mit Hasebe, der natürlich da jetzt als alter Methusalem, meine Güte, ich lese zu viel FR, definitiv da jetzt seinen Weg gefunden hat und der Eintrag unfassbar viel Stabilität verleiht, da habe ich Respekt davor, ich bin gespannt, wie lange er es durchziehen kann, aber die Tatsache, dass er auf dem Platz steht, tut der Mannschaft sichtlich gut und stabilisiert das ganze Gebilde, denn dadurch, dass er als wirklich Anker dabei ist, ein Rode, ein So, alles stabil, auch ein Knauf hat sich stabilisiert, bei dem wir ja auch gedacht haben, okay, der kommt schwer in die Saison, auch das ist alles besser geworden auf ungewohnter Position, ich freue mich, ich finde das echt ein sehr, sehr gutes Ausrufezeichen, nachdem man ja gegen Marseille hätte sagen können, okay, das war schon gut, das war ein super Spiel, war vielleicht ein bisschen glücklich, nee, kein Glück, guck dir das Spiel an gegen Stuttgart, wo du auch die Zeichen brauchst, die für dich stimmen, aber das hat funktioniert. Ja, definitiv wichtig und klar, ihr habt zu Recht Kamada angesprochen, der absolut herausgeragt hat in diesem Spiel, das kann es natürlich jetzt dann auch, ja, schwierig nicht, aber teuer machen, weil Kamada ja jetzt, dadurch, dass er nicht gewechselt hat, ja jetzt im letzten Jahr seines Vertrages ist und man da glaube ich sehr stark dann auch dieses Thema Vertragsverlängerung anstrebt und umso geiler, der natürlich jetzt auch in diesem und auch in den kommenden Spielen sich da zeigt, umso höher wird dann da auch die Gehaltsforderung wahrscheinlich auch für die nächste Runde ausfallen, hat auch alles immer auch noch so eine andere Seite. Ja, aber wenn er deutscher Meister werden, dann kann er auch gehen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Um deutscher Meister zu werden, muss man natürlich auch erstmal gegen den amtierenden Tabellenführer gewinnen und damit sind wir automatisch beim nächsten Spiel. Der Tabellenführer heißt nämlich aktuell nicht FC Bayern, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern heißt Union Berlin, die zu Recht da oben stehen, meiner Meinung nach, von sieben bislang gespielten Spielen fünf gewonnen, zwei unentschieden, noch kein einziges Spiel als einzige Mannschaft in dieser Liga verloren und eine wahnsinnig brutale Effektivität. Ja, also aus 15 Tore, aus 85 Torschüssen 15 Tore, den zweitwenigsten Ballbesitz, also da wird halt einfach ein wahnsinnig krasser Konterfußball gespielt, so ziemlich jedes, jeder Schuss auf den Kasten wird da echt gefährlich, das wird eine richtig harte Nuss für die Eintracht, man muss sehr konzentriert meiner Meinung nach spielen, man darf die Abwehr nicht vernachlässigen, gerade auf den Außen muss man da sehr stringent sein und trotzdem irgendwie Mittel und Wege finden, einen tiefstehenden Gegner, der mit dem Ball möglichst wenig außer Tore schießen zu tun haben will, irgendwie da effektiv zu spielen. Liebe Patricia, was ist das Geheimmittel für den kommenden Samstag gegen Union? Weiß ich nicht, dann wäre ich vielleicht Oliver Glasners Beraterin und würde vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen, als ich gerade tue noch, also Eintracht, falls ihr irgendwann jemals hier in diesem Podcast was sehr, sehr Kluges von mir hört, hire me, ne, es ist auf jeden Fall so, dass das sehr, sehr schwierig wird, also ich habe so ein bisschen Respekt vor diesem Spiel, weil die Eintracht sich ja, wie wir schon des Öfteren hervorgehoben haben, schwer tut gegen genau solche Gegner, die eben hinten wirklich kompakt stehen, tief stehen und bei Union ist es halt das Ding, dass die dieses System perfektioniert haben, was sie jetzt spielen, also seit die in der ersten Liga sind, spielen die eigentlich den gleichen Fußball und der hat sich aber über die Jahre hinweg entwickelt und perfektioniert und da zieht wirklich jeder mit und das ist, ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie kompakt die stehen und wie wenig Räume die im Gegner lassen, um dann aber halt dieses schnelle Umschaltspiel zu spielen, halt immer wieder mit ihren schnellen Spielern dich, ja, dann erwischen, wenn du eben selbst die Ballverluste hast oder einfach selbst nicht durchkommst hinten bei Union in der Abwehr und das macht mir so ein bisschen Sorgen mit Blick auf das Spiel, weil das schon wirklich ja, sehr, sehr hohe Qualität ist, das ist vielleicht nicht der ansehnlichste Fußball, aber ich finde es immer beeindruckend und es ist, um das mal zu vergleichen, wir hatten ja vor kurzem ersten Gegner, der sehr tief steht, Wolfsburg und Wolfsburg ist qualitativ halt deutlich schlechter als Union Berlin und ja, da bin ich mal gespannt, wie die Eintracht das lösen will, was da vielleicht auch für Ideen schweben im Kopf von Olli Glasner schon rumschweben, ich meine, die Spieler hat die Eintracht eigentlich, also wirklich kreative Köpfe, die technisch stark sind, die sich auch mit Kombinationsfußball da irgendwie durchwurschteln können und vielleicht sich selbst auch Räume schaffen müssen und wenn nicht, wir haben gesehen, es funktioniert ja auch über Standards, also, falls das eine Möglichkeit ist, aber alles in allem erwarte ich da schon echt ein schweres Spiel gegen Union. Ja, ist schon krass, also ich muss echt sagen, es ist absurd, auf die Tabelle zu gucken und Berlin da oben zu sehen, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber es kommt natürlich überraschend, wir kennen das ja von den Dauerabonnements des FC Bayern oder vielleicht hast du mal so ein, zwei Tage, wo irgendjemand anderes wie Rasenball oder Borussia Dortmund da rumschlawenzelt, aber jetzt Union noch vollkommen zurecht mit der Perfektion ihres eigenen Konzeptes und ich bin immer wieder überrascht, wie lange sich Union auch mit diesem Konzept auch ja, nicht nur hält, sondern eigentlich bravourös selbst übertrifft. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Die haben Avonini verkauft im Sommer, 20 Millionen sind rübergewechselt und da habe ich gedacht, okay, ob sie das ersetzen können, ja, und dann hast du jetzt so jemanden wie Geraldo Becker, der hat jetzt schon mehr getroffen, als er in der vergangenen Saison komplett getroffen hat. Also das ist schon krass, das ist immer wieder, es geht jemand und es wächst trotzdem wieder jemand rein und das finde ich schon sehr beeindruckend und die sind brutal gefährlich, Patricia hat es wunderbar gesagt, die spielen in Fußball, der der Eintracht nicht wirklich gut gefällt. Ich freue mich übrigens für Frederik Rönner und das ist für uns auch so ein bisschen ein kleines Wiedersehen, der ja bei uns eine schwierige Zeit hatte, der es jetzt wirklich jetzt geschafft hat, bei Union Berlin als Stammteuter sich zu etablieren. Das ist für mich auch echt ein freudiges Moment, muss ich sagen, hoffe natürlich trotzdem, dass er ein paar Gegenteure fängt, das ist auch ganz klar, aber ich habe Riesenrespekt vor Union, ich glaube, das wird ja auch deutlich, dass wir das alle haben, trotzdem glaube ich, dass die Eintracht in der Offensive die Qualität hat, um auf jeden Fall deutlich Parodie zu bieten. Ich mache mir tatsächlich weniger Sorgen um die Offensive, ich mache mir mehr Sorgen um die Defensive, weil du musst halt wirklich einfach aufgrund der Art und Weise, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, wie Union ihr eigenes System mit Konterfußball, mit Geschwindigkeit, mit dem Gegner auch so ein bisschen Zermürben einfach perfektioniert hat, du musst halt wirklich einfach 90 plus x Minuten da hoch konzentriert sein, ansonsten hast du da halt echt so ein Thema, so diese klassischen, wie wir es ja immer mal wieder haben, 10 Minuten, wo wir so ein bisschen gefühlt mit dem Kopf woanders sind und irgendwie zu viel Freiräume zulassen, die dürfen wir uns da halt einfach nicht erlauben lassen, das ist eher so der Punkt, wo ich so ein bisschen mehr Bauchkrummeln habe als in der Offensive. Ja, es wird halt auch unbequem, wenn man besonders früh, aber generell sich ein Gegentor fängt und selbst halt noch nicht kein Tor geschossen hat und dann liegst du hinten und dann kann sich Union halt noch mehr aufs Verteidigen konzentrieren beziehungsweise zurückziehen und wir wissen alle, dass sie das sehr, sehr gut können. von daher, wenn das Spiel so lange wie möglich offen gehalten werden kann und Union auch gefordert ist, was zu tun, desto besser ist es für die Eintracht. Optimalfall natürlich, dass die Eintracht selbst früh in Führung geht und Union dann halt wirklich was machen muss und sich dadurch das Spiel auch einfach öffnet. Das wäre der Wunsch, aber wenn das nicht klappt, dann auf jeden Fall ein Gegentor, vor allem frühes Gegentor, vermeiden, weil das kann das Ganze die eh schon zähe Geschichte noch zäher machen. Da sagst du sehr viel Richtiges, Patricia, gerade mit der, wenn man schaut, dass die erst vier Gegentore gefangen haben in den sieben Spielen. Das wird auf jeden Fall super schwierig. Ich glaube sogar die wenigsten in der Liga. Lass mich kurz schauen. Ich glaube, ich bin mir sicher. Das ist natürlich schon ein Brocken und ich glaube, Patricia, du hast es auch vorhin schon angesprochen, wenn du dann schaust, dass wir uns gegen so eine Mannschaft wie Wolfsburg dann vom spielerischen Typus her zwar natürlich an die Leistung nicht rankommt, auf einem anderen Niveau. Dankeschön, René. Genau. Das ist schon, haben wir uns ja auch jetzt bis jetzt ein bisschen schwerer getan. Aber ich habe auch Vertrauen darin. Die Mannschaft hat sich jetzt vielleicht auch in dem neuen System mit Hasebe, Marvin, du hast es vorhin schon angesprochen, zur Ausstellung kommen wir ja dann gleich noch. Aber ich hoffe, dass wir relativ stabil stehen und die Hoffnung, die Patricia hat, nämlich ein Tor auf unserer Seite relativ früh, um Union den Spielverlauf aufzuzwängen und dann agieren können und dadurch Räume zu schaffen. Dann vielleicht auch wieder jetzt unsere neue Stärke, die Standards auszupacken. Ein dreckiger Sieg wird mir sehr gut gefallen, aber zum Ergebnis kommen wir ja dann noch. Und dann spielst du auch wieder und das ist das Schöne, dass das alles sehr, sehr eng ist. Wenn du schaust, nach sieben Spielen, wir sind mit elf Punkten Siebter und haben im Endeffekt einen schönen Anschluss an Platz drei und vier. Also das ist schon, da kannst du schon viel, viel bewegen. Jetzt heißt es Punkte sammeln und die Eintracht ist mit einem guten Spiel gegen Stuttgart oder mit einem guten Ergebnis in diese Länderspielpause gegangen und jetzt heißt es bestätigen unbedingt. Ja, du musst halt wirklich deine Chancen nutzen. Also du darfst nicht so schludrig Chancen, also du darfst kein Chancenwucher betreiben, du musst die wirklich gut nutzen und dann hast du deine Möglichkeiten. Ich gehe eher davon aus, dass es wirklich eine sehr, sehr enge Kiste wird. Für die Eintracht wird das natürlich auch ein Fingerzeig, wenn wir da erfolgreich sind. Ja, dann, was ja schon jetzt, das Ding ist, ich würde das schon relativ hoch bewerten. Andererseits ist es jetzt halt auch erst der siebte Spieltag gewesen. Also das ist ja jetzt noch nicht die Tabelle, die am 34. dann wahrscheinlich so aussieht. Also ich glaube, es ist was möglich. Vielleicht haben wir die Zeit jetzt auch, die Länderspielpause auch nochmal genutzt, um unsere Defensive nochmal weiter zu beruhigen, jetzt nochmal wieder zu kommen. Ich gehe davon aus, dass Herr Sebe auch weiterhin spielt und dann kann da was passieren und ich glaube, dass die Motivation sehr, sehr hoch sein wird. Aber wie gesagt, du darfst nicht schludrig sein, ein Kamada muss weiter seine Form haben und dann könnte das für mich aber auch so ein bisschen so der, ja wie soll ich sagen, der Fight werden, Becker gegen Colombo Anni. Ja, da hätte ich voll Bock drauf, weil Colombo Anni ja jetzt auch schon ein herausragender Spieler in dieser Saison für uns jetzt gerade jetzt schon ist und da treffen so zwei Spieler, die eine ein bisschen andere Art und Weise haben, Fußball zu spielen, aber so beide trotzdem wuchtige Typen sind, die eine krasse Ausstattungskraft und eine krasse Gefahr haben und gleichzeitig auch, darf man auch bei Geraldo Becker nicht vernachlässigen, der nicht nur selber trifft, sondern der auch Vorlagen gibt und gucken wir uns an, wie krass Colombo Anni gerade jetzt als Vorlageber unterwegs ist, geil, geil, also wirklich, könnte ein wunderbares Spiel werden, auch sogar für neutrale Zuschauer, was ja auch nicht immer gang und gäbe ist. Ja, also ein guter Punkt, den du ansprichst, das wäre, oder es ist wirklich ein interessantes Duell zu gucken, wer von den beiden, Mwani oder Becker, da am Ende der effektivere Stürmer an dem Tag sein könnte. Lassen wir uns mal überraschen. Die zweite Frage der Überraschung ist natürlich, mit welcher Aufstellung gehen wir jetzt da rein? Was erwartet ihr denn? Gleiche Aufstellung wie gegen Stuttgart, weil Lenz ist, glaube ich, jetzt wieder im Training, aber jetzt auch erst seit kurzem. Pellegrini, glaube ich, auch noch angeschlagen. Von daher ist natürlich so diese linke Außenverteidiger-Position wieder so ein bisschen eine schwierige. Das war ja die, die, was du vorhin Marvin gesagt hattest, von Knauf begleitet wurde, der ja da eigentlich auf so ein bisschen untypischer Position unterwegs war. Geht ihr davon aus, dass das wieder ähnlich ist oder sogar die exakte Aufstellung oder würdet ihr da jetzt aktuell was dran ändern? Ich frage mal dich direkt, Marvin. Ich würde gar nichts dran ändern. Also ich würde, wenn es geht und alle dementsprechend fit sind, würde ich, wenn möglich, mit genau der gleichen Aufstellung sogar komplett fahren. Also das heißt, wenn wir von hinten anfangen, natürlich Trapp, Dika, Tuta und Ersebe und links auf jeden Fall Knauf, Zentrale, Rode und So, rechts Jakit. Ich gehe jetzt einfach durch, wenn ihr Widersprüche habt, dann sagt das Kamada und So, Kamada und Götze, Offensiv und Kolomuane in der direkten Spitze. Das wäre genau eigentlich das, was ich sehe und ich würde nichts dran ändern, weil ich glaube, je mehr Spiele du hast, die du jetzt mit dieser Gleichinformation machen kannst, desto mehr gewöhnt sich ein Knauf, der gehen kann. Den brauche ich jetzt nicht rauswechseln, wenn es nicht unbedingt sein muss. Der gewöhnt sich an diese Position, der ist wandelbar. Wenn ich merke, okay, ich muss beispielsweise jemanden aus der Mitte, was immer sein kann, wie Rode rausziehen, der ja auch, darf man auch nicht vernachlässigen, Rode hat schon wieder getroffen, gegen Stuttgart. Wie krass ist das denn? Dann würde ich Jakic dann die Mitte ziehen und dann vielleicht mal Chandler reinsetzen. Also ich glaube, das sind alles die Möglichkeiten, die man hat und damit kann man definitiv auch bestehen. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich hatte mir auch schon Gedanken gemacht und ich glaube auch, dass ich mit der gleichen Aufstellung einfach reingehen würde, aus den Gründen, die Marvin auch schon angeführt hat. Plus man hat ja gute Ergänzungen auch auf der Bank. Also wie du schon gesagt hast, Rode wird raus müssen. Da kann auch, ich glaube, ist auch gegen Stuttgart gekommen, ein Ebimbe rein, der macht das auch immer gut. Ich glaube, ich sage es eigentlich jede Woche hier im Podcast. Du hast einen Lindström, du hast einen Boree, du hast Möglichkeiten, da erstens umzustellen, zweitens frischen Wind reinzubringen. Aber alles in allem würde ich auch auf die Mannschaft setzen, die das gegen Stuttgart ja ganz gut gemacht hat. Ich glaube, das ist der Weg und das könnte funktionieren. Von daher gutes Gefühl, ein bisschen Kontinuität reinbringen vielleicht und dann läuft das jetzt nochmal kurz vor der Winterpause. Definitiv. Das ist halt jetzt genau der Punkt. Du hast jetzt eben angesprochen, ich habe jetzt jemanden wie Lindström nicht genommen, der natürlich auch nicht nur Potenzial hat, das wissen wir alle, sondern eigentlich auch einen legitimen Anspruch darauf hätte, zu spielen. Aber wir sind in der Offensive so krass besetzt, da kannst du fast jeden gerade bringen. Aber auch jetzt würde ich trotzdem eher sagen, Lindström leider erstmal noch auf die Bank, das tut mir ein bisschen weh, aber wir können halt nur elf Leute stellen. Dennis, wie siehst du das? Würdest du das anders machen oder würdest du das genauso handhaben? Ich bin da voll bei euch und ihr sagt es ja, eigentlich ist es ja dann jetzt schon das dritte Spiel, weil die Aufstellung ja fast genauso auch Marseille, ja mit 1-0 geschlagen hat. Also außer eben die Umstellung, ihr habt es gerade richtig gesagt, Lindström rein, Kamada auf die zurückgezogene Position und Rode rausrotiert. Aber ich denke, gegen einen Gegner wie Berlin macht Rode auf jeden Fall Sinn und wir sollten, wenn er spielen kann, fit genug ist, da auf jeden Fall auf ihn bauen. Jetzt hat er ja ein paar Tage Pause gehabt, Länderspielpause, hoffen wir mal, dass er auf jeden Fall zur Verfügung steht. Ich habe auch nichts Gegenteiliges gehört bis jetzt. Also dementsprechend bin ich voll bei euch. Umso mehr diese Mannschaft jetzt eigentlich diese Automatismen und diese Eingespieltheit bekommt, umso stärker ist es. Jetzt gibt es ja die Kritiker, ach du Jemini, jetzt sind wir ja wieder fünf Schritte zurückgegangen, wir spielen schon wieder Dreier-Fünfer-Kette und bla und das. Ja, Den Punkt verstehe ich halt auch nicht. Also ganz ehrlich, mir ist es lieber, ein Trainer erkennt, dass das, was er halt einfach im Kopf hat, was er spielen lassen will, welches System er will, dass das gerade nicht funktioniert und passt dann an, weil am Ende sind doch genau die gleichen Leute, die sich jetzt beschweren und sagen, ach wir gehen wieder zurück zur Dreier-Kette, wo ist denn die Weiterentwicklung, wenn da jetzt der Trainer einfach sagen würde, scheiß doch drauf, ich bleibe jetzt bei meinem System, mir doch egal, ob wir gewinnen oder nicht. Und dann einfach die nächsten Spiele in die Seife gehen, weil er krampfhaft an der Vierer-Kette festhält, ohne das Personal dafür zu haben, dann würden die Leute sich doch dann auch beschweren. Also ist doch auch totaler Kokolores. René, da gehst du auf jeden Fall genau mit meiner Meinung mit. Es ist angepasst, Hasebe hat das sehr ordentlich gemacht. Gut, wie lange und wie oft das geht. Marvin, du hast vorhin glaube ich gesagt, es ist schon unglaublich, was der einen Pensum schon wieder abreißt. Nein, muss man einfach schauen, wie lange er das bringen kann. Und ich bin auch, es geht darum, hier zu gewinnen. Ja, spricht man wieder von der Übergangssaison, ist irgendwo ein bisschen Quatsch. Trotzdem musst du jetzt einfach schauen, hol das Potenzial aus den Spielern, aus der Mannschaft raus. Und ihr habt es auch richtig gesagt, was auf der Bank noch sitzt. Es ist wirklich schade, dass wir nur elf Leute stellen können. Ja, es ist schon Wahnsinn. Also das sind so schöne Sachen. Also ich hätte nie gedacht, dass wir in dieser Saison jetzt schon davon reden können, hier haben manche Spieler schon viel zu wenig Spielzeit bekommen, die eigentlich ein riesen Potenzial haben, die für mich in der letzten Saison, wenn sie schon da gewesen wären, auf jeden Fall Stammspieler gewesen wären. Und ja, muss man einfach sagen, Wahnsinn, ein Luxusproblem. muss man einfach schauen. Und der Trainer hat das jetzt ordentlich gemacht. Zwei Spiele. Es gibt für mich kein wirkliches Argument dafür, hier was dran zu rütteln. Und dementsprechend, Marvin, um da noch mal kurz auch drauf zu antworten, weil du gesagt hast, würdest du was anders machen? Nein, ihr habt alles super gesagt. Genauso ist es. Nutze das, was du hast. Versuch es noch ein bisschen auszubauen, ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen. Und dann glaube ich, kann auch ein Union Berlin, auch wenn das ein hartes Spiel wird, geschlagen werden. Das sollte bei jedem Spiel das Ziel sein. Auf jeden Fall. Es kann sein. Wir werden gleich die Tipps dann diskutieren, aber es sollte natürlich das Ziel sein. Die Sache ist natürlich schon, wir werden dadurch, dass wir jetzt nach dieser Mini-Länderspielpause, jetzt gar nicht so mini war, aber jetzt nach den paar Tagen, haben wir jetzt ein richtig knackiges Programm. Es ist jetzt Union, du hast eine Woche später hast du Bochum, dann hast du wieder eine Woche später Leverkusen. Und alles, alles zwischendrin passiert natürlich in Sachen Champions League. Also du hast eigentlich kaum mal eine Woche, wo du wirklich nur eine Woche zwischendrin hast, überhaupt eine Woche, sondern es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und das ist natürlich die Schwierigkeit. Allein deswegen werden wir ja zwangsläufig mit mehreren Spielern, auch wenn wir sie gerade jetzt nicht in die Stammformation gepackt haben, spielen. Auch ein Hasebe wird nicht die ganze Zeit in der Innenverteidigung spielen und dann kommt es halt darauf an, dass die Spieler, die jetzt noch auf der Bank sind, dann dementsprechend auch performen. Aber das geht jetzt halt richtig rund und ja, Patricia hat es ja gerade angedeutet, wir haben gar nicht so viel Zeit. Am 13.11. glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist schon unser letztes Spiel vor der Winterpause. Also das ist jetzt ein bisschen mehr. Du hast jetzt nur noch bis zum 13.11. hast du nur noch englische Wochen. Ja, das ist richtig Bäm, 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 Bäm. Dementsprechend ist ja gut, dass wir so viel auf dem Spiel haben. Nach den beiden Champions League Wochen kommt nämlich die DFB-Pokalwoche. Da spielst du unter der Woche gegen die Kickers. Ah, okay. Dann kommt zu Hause Gladbach. Dann hast du das Heimspiel gegen Marseille. Dann hast du Dortmund in der Liga. Dann hast du das Auswärtsspiel in Lissabon. Dann kommt das Heimspiel gegen Augsburg. Dann hast du unter der Woche das Heimspiel gegen Hoffenheim. Und dann hast du das von Marvin eben angesprochene letzte Bundesligaspiel in diesem Jahr am 13.11. auswärts gegen Mainz. Und dann ist ja hier große Freude auf Katar. Also da ist jetzt nur noch englische Wochen bis Mitte November. Also da ist jetzt auch nichts mehr mit Konditionen trainieren oder sonstigem. Das ist jetzt irgendwie, du übst jetzt von Spielvorbereitung und Spielanreise Anreise zum nächsten. Da ist nichts mehr dazwischen. Genau. Und das ist halt richtig krass. Das wissen wir. Aber das heißt natürlich, dass alle, die im Rahmen der ersten Elf schwirren, dass die alle auch zum Einsatz kommen. Defensiv kann es knackig werden. Da bin ich mal gespannt. Da ist ja ganz klar, haben wir ja schon lange gesagt, dass es da ein bisschen eng ist mit den Verteidigern. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere sich jetzt auch mit mehr Einsatzzeit auch begnügen kann beziehungsweise auch glänzen kann. Und Smolcic sehe ich da ganz, ganz weit vorne, dass der bald mal reinkommt. Vielleicht auch mal in Partien wie gegen Bochum. Warum nicht? Dann spielt Smolcic halt vielleicht mal für den Hasebe. Und genau diese Wagnisse musst du jetzt eingehen. Und dann kannst du diese taffe Phase bestehen und dann die Füße hochlegen zur Weltmeisterschaft. Und dann in der Zeit, in der du die Füße hochlegen kannst, kannst du nochmal neu überlegen, wie wollen wir weiterverfahren? Und dann könntest du, wenn du dann immer noch einen Verteidiger brauchst, kannst du dann ja nochmal sagen, okay, dann buttern wir tatsächlich nochmal nach. Aber bis dahin wird es krass. So viel Füße hochlegen ist da nicht. Du hast immer noch Verträge, die verlängert werden wollen. Du wirst vielleicht auch nochmal gucken, ob der ein oder andere nochmal in der Winterpause verpflichtet abgegeben werden will. Klar, die Spieler, die nicht antreten, die haben dann quasi ihr Fitnessprogramm, was sie abspulen. Und dann wird halt ein bisschen Training gemacht mit den restlichen Spielern, die da sind. Also da kannst du dich nochmal so ein bisschen taktisch irgendwie vorbereiten. Aber so wahnsinnig viele Füße hochlegen wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Du musst ja auch einfach die Kondition dann auch hochhalten, damit du dann im Januar wieder durchstarten kannst. Es wird ja hinten raus dann auch nicht besser. Naja, ich verlange manchmal nicht mehr, als was wir ja auch nicht leisten können. Also insofern. Ich weiß nicht. Also da werden die wenigsten irgendwie mittags zum China-Buffet gehen. Indien. Ach, indisches Buffet war es. Entschuldigung. So genau hörst du zu. Ja, ich war gedanklich noch bei Buffet. Das entscheidende Wort ist Buffet. Gut. Laktattest, sag ich nur. Ja, genau. So ist es. Genau. Gut. Nee, nee. Dann jetzt die spannende Frage, was ist denn euer Ergebnistipp für das kommende Spiel gegen Union? Frau Patricia, du stehst ja als erstes in der Lisse. Sag mal an. Ich sag, die Eintracht gewinnt 1 zu 0, weil die Abwehr um Hasebe hält und ja, das war es auch schon. Ein Tor und damit sind wir durch. Drei Punkte würde ich nehmen. Marvin. 1 zu 1. 1 zu 1. Ich glaube, dass wir uns gar nicht so unfassbar schwer tun. 1 zu 0 in Führung gehen, aber dann gibt es da noch ein Tor. Geraldo Becker haut uns ein Ding rein, aber dann ist ein Punkt jetzt auch nicht das Allerschlimmste, was wir hier erwarten können. Das ist korrekt. Dennis. Ich nehme mal den Klassiker-Tipp 2 zu 1 für die Eintracht. Standard und normal mal aus dem Spiel mal was Schönes. Nein, gefällt mir. Also ich hoffe drauf und dementsprechend die Eintracht hat das Potenzial auf jeden Fall da auch zu gewinnen. Ich bin ein Ticken optimistischer. Ich glaube auch, dass die Abwehr hält und vor allen Dingen bin ich mir ziemlich sicher, dass Kevin Trapp einfach stinkend sauer ist, weil er jetzt keine Spielzeit bekommen hat und da einen absoluten Sahnetag hinlegen wird. Moani und Kamada treffen auch mal wieder und es gibt ein 2 zu 0 für die Eintracht, so meine Prognose. Sehr gut. Also wird auf jeden Fall interessant und wir werden dann nächste Woche uns dann drüber unterhalten, was denn dann der richtige Tipp am Ende des Tages war. Nächste Woche, Stichwort, werden wir aber ja dann auch nicht am Dienstag aufnehmen, weil wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, Dienstag ist Champions League Tag dann wieder. Das heißt, nächste Woche könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass wir dann eher so Richtung Donnerstag wieder aufnehmen werden. Das war ja der Tag, auf den wir uns festgelegt haben in diesen Champions League Wochen. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz Blick auf Tottenham, was ist denn eure Erwartungshaltung für dieses Tottenham-Spiel am Dienstagabend? Marvin, du bist doch großer Kenner der Premier League. Tja, also es ist natürlich eigentlich der potenziell schwierigste Gegner, wobei wie Lissabon performt aktuell, stimmt mich da noch ein bisschen nachdenklich, muss ich sagen, aber ich habe im Grunde, ich erwarte ja von den Champions League Spielen jetzt keine, also Siege, das muss ich wirklich sagen, für mich ist jedes Heimspiel ein absolutes Fest, die Hymne hören, das ist immer noch, das ist immer noch surreal, ihr müsst überlegen, wir haben die fucking, den fucking Europa Cup gewonnen in diesem Jahr, das ist nicht zu begreifen und jetzt sind wir tatsächlich in der Champions League und nicht, weil irgendwie wir ausgelost wurden oder sonst irgendwas, weil wir uns qualifiziert haben, das ist absurd und klar, mit Tottenham kommt eine richtig starke Mannschaft nach Frankfurt, Harry Kane, ich habe richtig Bock Harry Kane zu sehen, das ist richtig, also wirklich, muss ich sagen, Ja, Jölberg, Jumin Son, den wir ja auch aus der Bundesliga kennen, das ist eine richtig gute Mannschaft, auch Ivan Perisic, also der eine oder andere, den kennen wir tatsächlich aus der Bundesliga, ich glaube aber, dass auch dieses Spiel gegen Tottenham ein besonderes sein kann und wer weiß, wer weiß, vielleicht schenken wir Hugo Lloris das eine oder andere Türchen dann doch ein, denn es hat gezeigt, die Eintracht ist nach einer schwierigen ersten Phase gegen Lissabon jetzt doch in die Champions League gut gestartet und es geht weiter darum, Punkte zu sammeln, zumindest für Platz 3, aber hey, wer weiß, Hugo Lloris kann vielleicht nicht mehr ganz so schnell mit 35 herumspringen und das könnte seinem Landsmann beispielsweise mit Colomuani auf jeden Fall zum Vorteil gereichen. Ich glaube, es ist alles drin, ich habe richtig Bock, es ist wirklich Champions League Niveau, da kommt eine richtig gute Mannschaft nach Frankfurt, aber unsere Mannschaft hat es ja auch bewiesen. Tottenham spielt jetzt am Wochenende Samstag gegen Arsenal und in der Woche drauf gegen, okay, gegen Brighton. Okay. Ja. Ja, also wird auf jeden Fall ein klasse Spiel, dem würde ich zustimmen. Tottenham, eine der beiden Mannschaften, die aktuell in der Premier League noch ungeschlagen sind, also das verspricht auf jeden Fall ein interessantes Spiel zu werden. Ich freue mich da vor allen Dingen dann wirklich auch, wenn das denn stattfindet und ich hoffe, dass es das tut auf das Duell Harry Kane gegen Hasebe. Ja. Hasebe, der alternde Samurai gegen Harry Kane, der so aussieht, als wenn er schon irgendwie fünf Jahre älter wäre. Also muss man ganz ehrlich sagen, wir machen das mit dem alternden Samurai hier eigentlich als kleine Snacken. Wenn wir das aber jetzt in unseren Sprachgebrauch überführen, müssen wir jetzt echt mal aufpassen. Wieso? Ja, verklagt uns die FR irgendwann, weil wir die ganzen Kichenstein-Wordings irgendwie gerade rausnehmen. der alte Samurai, Kämpfe ausführen, Ost, was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Okay, dann schickt uns doch mal oder schreibt uns in den Kommentaren doch einfach mal alternative Titelbezeichnungen für Makoto Hasebe, die wir hier verwenden können, sodass wir nicht immer auf die FR-Wortspiele hier zurückgreifen müssen. Wird auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Ich freue mich da auch schon riesig drauf. Das ist ja seit langem auch für mich mal wieder ein Spiel, wo ich es schaffe, ins Stadion zu gehen. Ach was, ist der der Mann? Aha, nein. Doch. Doch, doch, doch. Patricia, du auch eigentlich oder wie sieht es aus? Mhm. Oh, dann sind wir ja in der volle Hütte hier auf jeden Fall. Yes, so der Plan. Ich habe schon den Arbeitstag komplett geplant, dass spätestens 16 Uhr keine Termine, keine Telefonate, nichts mehr ab ins Auto und darunter fahren, damit auch jeglicher Stau, der auch nur im Entferntesten möglich wäre, mich überhaupt nicht stressen kann. Wahrscheinlich habe ich einfach ein super Glück, komme super mit dem Auto durch und sitze dann irgendwie vier Stunden vor Anstoß schon am Stadion. So soll es sein. Aber gut, dann ist das halt so. Was macht man sonst nicht alles? Aber merkt man halt auch, dass du bei der Telekom arbeitest, da ist das noch möglich. Ja, das bedeutet halt einfach nur, dass ich an den Abenden davor und danach dann irgendwie noch Stunden drauflegen kann, damit das irgendwie möglich ist. Ja, aber muss ja auch mal sein. Muss sein. Nun gut, ich glaube, damit haben wir dann auch alle Punkte, die diese Woche auf unserer Liste standen, abgehakt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir aufgrund des Champions-League-Spiels der nächste Woche am Donnerstag aufnehmen, also am späten Donnerstagabend oder Freitagfrüh, könnt ihr dann die nächste Folge euch anhören, in der wir hoffentlich gegen einen Punkt gewinnen, mindestens einen Punkt gewinnen, wenn nicht sogar drei Punkte, gegen Union sprechen und von diesem wunderbaren Fußballabend gegen Tottenham und wer weiß, vielleicht ist da ja auch für die Eintracht das ein oder andere Pünktchen drin und dann werden wir mal ein bisschen vielleicht anfangen zu spekulieren, wie das dann in den kommenden Wochen weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine wunderbare Restwoche, genießt das Eintracht-Spiel am Wochenende und auch das gegen Tottenham in der Champions League. Wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. 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 END